Märchenhafte Bilder aus dem Hochsauerlandkreis. Die verschneite Landschaft dürfte eine Versuchung für Wintersportler sein. Doch auch hier in Winterberg sind die Pisten coronabedingt gesperrt. Wo sonst nicht nur in den Schulferien und an den Wochenenden großer Andrang herrscht, ist kein Mensch zu sehen, die Skilifte stehen still. Auch den Hauptstädtern boten sich ungewohnte Schneemengen. Im Berliner Tiergarten und in der Hasenheide lockte die Winterlandschaft am Wochenende Menschen ins Freie. Am Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst in weiten Teilen Deutschlands eher mit Regen. Lediglich an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Und im Osten Hessens könnte es auch schneien.